Seit einer halben Stunde sitze ich im nagellackroten Audi 80 meiner Omi und halte mich wie eine Rentnerin am kleinen Griff oberhalb des Beifahrerfensters fest. Meine Frau Nadja auf dem Rücksitz bekreuzigt sich. Beim Fahrstil meiner Omi würde ich selbst Jack Norris Dünnpfiff in die Buchse posten. Omi fährt die ganze Zeit links auf der Autobahn, allerdings nur 60 Stundenkilometer. Und der beachtliche Stau, der sich mittlerweile hinter uns gebildet hat, fährt hupend an uns vorbei. Omi guckt raus und sagt, alles Menschen ohne Kultur. Dann fingert sie einen Flachmann aus ihrer Jackeninnentasche. Ich gucke sie an, ich sage, Omi, du trinkst. Sie sagt, nein, ich genieße. Ich sage, was machen wir denn bitte, wenn die Polizei uns anhält? Dann stellen wir uns tot. Mir glauben die das auch. Genialer Plan. Mein Gott, stellt euch nicht so an. Ich habe zwei Kinder im Krieg gekriegt. Ihr Null im Frieden. Der Vorwurf, dass meine Frau und ich sich noch nicht reproduziert haben, wird öfter vorgebracht. Auf dieser Fahrt erst 26 Mal. Wir kommen an, an der Rezeption kommt uns ein kleiner Mann entgegen, der gurrend die Hand meiner Großmutter küsst. Es ist der Hotelchef Roland, der uns zu unserem Zimmer bringt. Ja, Duisburg. Singular. Weil meine Oma ein Dreibettzimmer gebucht hat. Meine Frau Nadja zieht sich am Ohrläppchen, was unser vorher vereinbartes Zeichen dafür war, wenn die Scheiße am Kochen ist. Ich gucke ihn an, gut, ich buche aber noch eins hinzu. Roland sagt, tut mir leid, ist ausgebucht und verschwindet. Meine Frau ist dazu übergangen, sich beide Ohrläppchen abwechselnd zu ziehen, was ein bisschen wie ein finnischer Volkstanz aussieht. Ja gut, gucken wir mal, sage ich und schiebe sie ins Zimmer. Es ist ein Traum in Braun. Braune Möbel, braune Vorhänge, brauner Boden. So muss es in einem Mastdarm aussehen, denke ich und sage nix. Herrlich, brüllt meine Omi und checkt erstmal die Minibar. Der Pegel scheint für die nächsten Tage gesichert zu sein. Wir gehen zum Abendessen. Ich merke sofort, ein paar der Gäste sind so alt, die haben noch beim letzten Abendmahl gekellnert. Der Mann neben mir sieht aus wie ein ausgestopfter Biber. Er hat mehr Haare in den Ohren als Tina Turner auf dem Kopf und riecht ehrlich gesagt hart nach Elchfurz.